Hey, yo, und let's go! Erstes Ranked Match für Naruto Storm 4. Gleich mal ein High-Level-Player, weil, ja, wir wollen Geld verdienen. Money, money, money. Okay, er kommt an mit Obito Uchiha. Und ich hab Naruto Uzumaki. Ki. Oh mein Gott. Ich sollte nicht so spät abends spielen. Da bin ich immer so hippelig. Egal, was soll's. Mal schauen, wie er spielt. Ja, komm her. Na, perfekt Hinata, gut gemacht. No. No. Yo, die Hitbox von Shisui. Yo. Fuck. Okay, da war na. Yo. Der Sprint besser als jeder Chakrasprint. Na. Okay. No. No. Man. Alter. Kannst ja mal gar nichts. Kannst ja mal gar nichts, mein Freund. Oh, okay. Also ich... Wow. Okay. Aua. Aua. Lass das. Hör auf damit. Okay. Haha. Oh mein Gott, das war so obvious. Aber egal. Ähm. Okay. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sag, äh, dass ich dieses Spiel, dieses Match, gewinnen könnte. Yo. Yo. Yo, Shisui. Alla. Komm runter, Shisui. Ganz cool. Hinata trifft nicht. Aber obvious. Obvious. Yo. Hör auf jetzt zu spammen. Das wäre ich dir sehr dankbar für. Yo. Ah, okay, okay. Da hat er mich jetzt erwischt. Das war nicht schlecht. No. Weg von mir. Bringt dir nichts. Nein. Komm her. Ah! Fuck, zu spät. Okay, das wäre jetzt nice gekommen. Aber da war ich einfach zu langsam. Nein. Oh, fuck. Hey, komm jetzt. Nope. Hier ist aber auch versucht, Alter. Ich hoffe, er ragt bitte nicht. Das wird ziemlich. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Holy shit, dauert das lange. Jawohl, Mann. 340. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Und Kampf Nummer 2. Ja, okay. Der. Hat ein bisschen schlechtere Statistik. Ja, okay. Aber trotzdem immer noch, äh, High Level. Oh, mein Gott. Yo, Minato. Rasengan Spam. Und Ultimate Spam. Ich wusste es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Really? Nein, nein. Nein, nein. Ich hab gesuppt. Dankeschön, Gott. Yo. Er macht nichts anderes als er aus dem Garn, Alter. Er macht nichts anderes, Junge. Lass das. Bis dahe. Kannst du bitte sterben. Nope. Jetzt aber. Dankeschön. Gott, Alter. Das ist ein Krampf. Okay. Aber solche Spieler gibt es leider auch. Oh, ja, okay. Zumindest hab ich gut Geld verdient. Naja, wenigstens etwas. Kampf Nummer 3 gegen einen, ja, Low Level. Aber egal. Ich spiele gegen jeden, der mir beitritt. Was soll's. Yo, yes, man. Und wir steigen auf, wenn wir gewinnen. Sorry, Hidan, aber jetzt kann ich mich nicht zurücklehnen. No. All out. Nope. Yo. Kakusu. Ten-ten. Warum machst du nichts? Oh, sorry. Ich hab vergessen, es ist Ten-ten. Der kann mir nichts anvertrauen. Äh. Nope. Fuck. Gut gemacht, Ten-ten. Yo, yo, yo. Ah, fuck. Double-Hit von Ten-ten, Alter. Yo. Ja, okay. Das geb' ich dir. Der Kakuzu. Der ist gut rausgekommen. Da sag' ich. Nix. Nope. Das war zu spät. Ah, komm. Ich will diesen Grab, Alter. Ich will diesen Grab, Alter. Yo. Okay, er bringt Kakuzu eigentlich immer gut raus. Das, äh, da kann man nix gegen ihn sagen. Also. Sein Main-Character satzt man nicht so gut, aber Support-Character setzt er gut ein bisher. Ja. Die. Die. Ja. Mann. Ja, das wirst wir es nötig haben. Dann schauen. Yo. Autsch. Ja, komm. Yo. Ja, eigentlich ist das total assi. Eigentlich ist das total assi, Guard Break Ultimate, aber... Come on. Come on. Come on. Come on, Alter, das muss mal sein. Let's go und jetzt war ihr aufkommen. Oh, man. Ich glaube, du solltest noch ein bisschen mehr trainieren, bevor du uns Rinket geht. Weil... Das... Ja. Ach, komm. Ich will diesen Grab, Alter. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Jetzt aber. Nein! Nein, Kakuzu! Warum? Warum machst du das, hey? Alter, ich fass es nicht. Alles, was ich in dieser Welt wollte, war einmal diesen Griff. Einmal in diesem Scheißkampf. Kakuzu, warum? Warum tust du mir das an? Ich dachte, wir wären Freunde. Tenten mag nichts. Also was? All out. Fuck this. Das war ein bisschen Oba-Kill, aber... Oh, mein Gott. Good game. Jo, ich glaube, ich lasse es für heute dann auch gut sein, weil so ein Best of Three geht auch ein bisschen länger Geil, zumindest sind wir aufgestiegen Naja, also, wie gesagt, ich lasse es für heute gut sein, wir sehen uns das nächste Mal, ciao